Du hast das zu Dead Zone noch nicht eingestellt, hab ich dir gesagt? Ja, das und ich will auch dieses Programm, wo ich die Level resetten kann, zu trainieren halt. Ja, wo du so meinst, yo, yo, was geht? Was ist das? Das war ein Deutscher, glaub ich. Weil, wie du, seine Freundin, hat so Papa-Platte mit ihrem Mund gesagt. Also ich hab nur die Lippen gesehen. Kannst du Lippen lesen? Ich kann Lippen lesen. Okay, was sag ich? Du Hurensohn! Richtig, wie du dich richtig gefreut hast. Was sag ich jetzt? Du Wichser, ey! So, halt einfach das nicht schief. Wichserig ist nicht so wie du gehst. Was? Was sag du mal irgendwas? Was? Keine Ahnung, Digga! Ich hab gesagt, du mein Lippensohn-Tempfachter. Okay, was sag ich mal was? Du fetter Bastard. Du dummer Bastard. Ah, scheiße.